hallo liebe trader herzlich willkommen zu einem kleinen breaking news video live von meiner kleinen cardio einheit zu den alpacas denn hier anscheinend das grauenhafte wetter nichts aus macht die sind weiterhin draußen ja es gibt wichtige news die ich mit euch teilen möchte und zwar die cmi wird ab mai micro futures einführen weitere auf den e mini auf den dow jones auf den nestig und auf den russell 2000 und das sind großartige news die ich schnell mit euch teilen wollte und das ganze schauen wir uns jetzt mal am computer an bis gleich so hallo da sind wir wieder zurück von den alpakas von der cardio einheit ja zurück am rechner und wir wollen mal kurz beleuchten was es mit dieser brandneuen brandaktuellen meldung auf sich hat die ich am montag in mein e mail postfach bekommen habe von der cmi ja und zwar startet die die cmi ab mai 2019 also in wenigen monaten micro e mini futures auf den s&p 500 der nasdaq 100 den russell 2000 und natürlich unseren geliebten dow jones index das ist natürlich eine großartige nachricht für alle die wenig geld haben zum trading aber den futures handel den echten futures handel hier mal starten möchten ich packe euch den link dieser seite von der cmi natürlich unten in die beschreibung rein wenn ihr updates haben wollt so wie ich dann könnt ihr euch ja hier zu dem newsletter anmelden schauen wir uns mal ein kleines einführungsvideo an über zwei minuten zu minuten 50 bezüglich der neuen micro futures kontrakte und dann sage ich noch ein paar worte dazu big things do come in small packages cmi group is launching micro e mini futures contracts a new smaller size suite of futures contracts for four major indices s&p 500 nasdaq 100 russell 2000 and the dow jones industrial average these contracts allow market participants an efficient and cost effective way to gain exposure to four key indices all four of the micro e mini futures are one tenth the size of their respective e mini futures counterparts das heißt also die neuen e mini beziehungsweise micro futures wie wir es ja auch bereits schon vom euro micro kennen sind dann ein zehntel des original kontraktes von ihrer größe her und werden dann natürlich auch entsprechend weniger margin erfordern allowing all traders futures exposure without the notional constraints of the larger contracts for example while a single e mini s&p 500 futures contract has a value of fifty dollars times the agreed upon e mini futures price the micro e mini s&p 500 futures contract has a value of five dollars times the agreed upon price the micro e mini contract multiplier varies by product while both the micro e mini s&p 500 and micro e mini russell 2000 have multipliers of five dollars the micro e mini nasdaq 100 has a two dollar multiplier and the micro e mini dow jones industrial average has a 50 cent multiplier so let's look at a specific example if the s&p 500 index is trading at 2750 the notional value of one micro e mini s&p 500 futures contract is 13 750 dollar similar to the e mini the tick increments of the micro e mini s&p 500 are quoted in a quarter of one point a one tick move in the micro e mini s&p 500 equates to one dollar and twenty five cents ja ihr wisst ja vielleicht wenn ihr den e mini traded bisher den e mini s&p 12 50 pro tic sind natürlich eine brutale größe für gerade für kleine konnten und vor dem hintergrund dass man den schon ja ab quasi 500 dollar margin traden kann ist dann natürlich so ein konto auch schnell weg und wenn wir dann plötzlich ein tick value von 1 25 1 dollar 25 haben das ist natürlich dann eine ganz andere hausnummer das heißt wir können hier viel flexibler agieren auch mit kleineren konnten wir können mit größeren konnten viel flexibler agieren und ja können einfach ein viel besseres risikomanagement betreiben und dabei einen echten future handeln also nur noch fünf dollar dann pro punkt the tick increment of the other three micro e mini contracts vary according to the contract multiplier the micro e mini futures contracts trade sunday through friday almost 24 hours per day micro e mini futures expires on a quarterly basis settling in cash to the spot value of their respective index on the third fridays of march june september and december also die verfallen natürlich genau so wie die wie ihre counterparts wie ihre großen am jeden dritten freitag eines quartals es gibt dann also auch die märz juni september dezember kontrakte und das muss man dann halt auch natürlich beachten bei den mikro kontrakten the micro e mini futures contracts operationally function and provide the same benefits as their e mini counterparts except for their smaller contract multiplier these benefits include portfolio diversification capital efficiency which is provided by margin offsets with other benchmark cme equity index products and precision and flexibility in tailoring exposure and managing risk discover how a smaller micro e mini futures contract opens the world to greater trading possibilities for additional information ja ihr seht das ist eine ich finde es eine super geile sache ich freue mich gerade riesig darüber gerade im angesicht meiner neuen strategie die ich natürlich dann hier auch umsetzen werde es ist natürlich eine großartige sache mit noch viel weniger geld anzufangen aber natürlich auch für alle trading anfänger die ihren ersten schritt in den futures markt machen wollen aber noch nicht viel geld haben beziehungsweise sich auch das risikomanagement dann mit größeren kontrakten nicht leisten können das heißt wenn wir jetzt genug geld haben um beispielsweise in der jones future zu handeln genug margen auf dem konto um jetzt ein oder zwei kontrakte zu kaufen dann ist es trotzdem suboptimal denn ist natürlich viel besser wenn wir uns im gleichen umfang dann die mikro kontrakte kaufen um dann eben entsprechend raus skalieren zu können und rein skalieren zu können in der position und so flexibler in unserem risk und money management zu sein und genau das ist ja auch das thema des nächsten videos was ich dann hier präsentieren möchte jetzt die frage der fragen wie sieht es mit der margin aus für die neuen mikro kontrakte amp kann hier noch keine auskunft dazu geben weil die cmi auch noch ein bisschen an den an den geräten hier bastelt das heißt die die cmi gibt dann die 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 margin vorgaben raus und der broker kann dann eigene margin anforderungen nochmal auf sich münzen ich vermute zum heutigen zeitpunkt dass sie eben auch dann ein zehntel von der aktuellen margin nur betragen weiß aber nicht genau kann es natürlich nicht sagen und es wird aber auf jeden fall also alle amp kunden werden rechtzeitig per newsletter dann über diese neuerung informiert was ist noch geil an der sache natürlich wird auch die overnight margin drastisch sinken das heißt man kann dann auch besser mal positionen über nacht halten ohne schlaflose nächte haben zu müssen in bezug auf auf gaps oder größere kursschwankungen was an den us-märkten sowieso wenig der fall ist da ja der markt jetzt durchläuft der dax läuft ja mittlerweile auch fast durch also die gab wahrscheinlichkeit wird ja immer geringer aber mit so einem kleinen kontrakt dann oder mit einer teilposition dann über nacht drin zu bleiben ist natürlich dann weitaus leistbarer als jetzt mit dem mit einem dax kontrakt zum beispiel wo allein die overnight margin bei 22.000 euro liegt das ist natürlich dann eine ganz andere hausnummer ja wenn ihr euch auf die neuen kontrakte ebenso freut dann gebt dem video einen daumen nach oben schreibt mir in die kommentare ob er die neuen kontrakte nutzen werdet ob ihr bock drauf habt was ihr damit vorhaben und ansonsten begrüße ich euch wieder zu einem regulären video in all der frische und sage bis dahin ciao ciao bei bei und freue mich auf die mikro kontrakte ciao